So, willkommen zurück und zwar zum letzten Video dieser Serie. Ja, ich möchte heute ein paar weiterführende Informationen auch loswerden. Und zwar ist das ganz logisch, dass ich in diesem Kurs auf keinen Fall alles behandelt habe, was Docker überhaupt bietet. Denn dieser Kurs soll einfach keine Referenz zu Docker sein. Ich kann nicht jeden Befehl vorstellen, Docker ist dazu viel zu umfangreich, aber auch einfach viel zu mächtig. Allerdings ist das Absicht gewesen, denn nicht wirklich alle Befehle werden gebraucht, die Docker so zur Verfügung stellt. Ich habe in meiner Erfahrung eigentlich selten mehr gebraucht als das oder eigentlich nie mehr gebraucht als das, was ich gezeigt habe. Im Gegenteil, ich habe hier sogar mehr gezeigt, als ich jemals gebraucht habe. Ich habe natürlich auch über meinen Tellerrand rausrecherchiert und dann versucht auch das darzustellen im Kurs. Und das heißt allerdings nicht, dass das bei euch nicht der Fall ist. Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist oder welche Ansprüche man halt einfach hat, kann das natürlich durchaus sein, dass man hier noch andere Ansprüche hat. Und vielleicht Fragen zu gewissen Lektionen hat. Das heißt, bei Fragen immer gerne mir schreiben. Am besten mit Verlinkung zur Lektion, am besten mit Zeitstempel auch. Dann weiß ich exakt, was gemeint ist. Und wenn irgendwas fehlen sollte, dann reiche ich das ganz gerne noch nach. Da bin ich natürlich auf Feedback angewiesen. Das heißt, dieser Kurs wird wahrscheinlich, wie meine anderen Kurse, auch noch nachhaltig wachsen. Das ist auch schon mehr als einmal passiert. Also ich habe in anderen Kursen von mir auch noch immer wieder Inhalte nachgereicht. Und das kam eigentlich auch immer ganz gut an. Zu guter Letzt möchte ich noch eins empfehlen und zwar die offizielle Dokumentation von Docker. Die kann man wirklich nur empfehlen. Da sind alle Befehle aufgelistet, die man brauchen könnte oder wirklich alle, die es halt auch gibt. Und falls irgendwas mal schnell nachgeguckt werden sollte, ich habe darauf schon mal verwiesen in dem Video. Aber falls irgendwo mal ganz schnell nachgeguckt werden sollte, was denn eigentlich gerade noch fehlt, dann ist das mein, also auch mein erster Weg sozusagen, weil dort einfach alles aufgelistet ist. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart und auch danke, dass ihr mir Feedback gebt. Hoffentlich, weiß ich noch nicht so genau. Und das versuche ich dann natürlich immer gerne einzuarbeiten. Das heißt, ja, bleibt dabei und bleibt auch vielleicht dabei, nachdem ihr den Kurs fertig habt. Und schaut einfach mal rein, ob ihr vielleicht noch andere Sachen hier seht, die ihr noch nicht kanntet. Ansonsten denke ich mal, dass dieser Kurs relativ umfangreich war und alles abgedeckt haben sollte, was wirklich wichtig ist. Und ja, vielen Dank nochmals und wir hören uns beim nächsten Kurs dann. Bis dann. Ciao.